LearningApps.org ist eine Website, auf der man eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Lern-Apps aus allen bekannten Fächern findet. Über das jeweilige Fach und dann das Thema kann man sich alle bereits erstellten Lern-Apps anzeigen lassen und nutzen. Die Apps haben jeweils eine Selbstkontrollmöglichkeit und eignen sich so auch sehr gut für asynchrone Angebote im Fernlernen. Das Schöne an LearningApps.org ist, dass die Nutzung komplett kostenlos ist und man sehr einfach vorhandene Lern-Apps auf die eigenen Schülerinnen anpassen und auch an diese einfach verteilen kann. Das Teilen über Links und QR-Code sowie die Einbettung in Learning-Management-Systemen werden ebenfalls angeboten. In diesem Kurs erhältst du einen Überblick über die Bedienung von LearningApps.org und erfährst darüber hinaus, wie du Schülerinnen anlegen und ihnen Aufgaben zuweisen kannst. Wenn du eine bestehende App nutzen und anpassen möchtest, musst du dich zuerst registrieren. Hast du das getan, suchst du dir eine App raus, die prinzipiell passt, tippst sie an und tippst dann links unten auf ähnliche App erstellen. Nun hast du die Möglichkeit, alle Angaben dieser App inklusive der Aufgaben anzupassen bzw. neu hinzuzufügen, wenn du möchtest und kannst dann, wenn du fertig bist, rechts unten auf Fertigstellen und Vorschau anzeigen tippen und dann hast du die Möglichkeit, die App noch einmal anzuschauen, wie sie dann im fertigen Zustand aussehen wird. Wenn das alles für dich passt, tippst du rechts unten auf App speichern und dann wird die App automatisch deinen eigenen Apps hinzugefügt unter dem Menüpunkt rechts oben Meine Apps. Wenn du eine App gefunden hast, die auch ohne weitere Anpassung direkt passend für dich ist, dann kannst du einfach rechts unten bei der App auf Merken in Meine Apps tippen und sie wird dann automatisch deinen Apps hinzugefügt. Über das Ordnersymbol kannst du sie dann noch bei Bedarf in bestehende Ordner hinzufügen bzw. kannst natürlich auch neue Ordner anlegen. Du kannst natürlich auch eine App von Anfang an neu erstellen. Dafür tippst du auf App erstellen und musst dir dann zuerst mal ein Template heraussuchen, also eine Art von Lern-App, die du gerne verwenden möchtest. Ich nehme jetzt in diesem Beispiel mal das Template Paare zuordnen. Wenn du drauf tippst auf das Template, hast du die Möglichkeit, verschiedene Beispiele anzuschauen, wie dieses Template denn aussehen wird. Und wenn das für dich passt, tippst du rechts oben auf Neue App erstellen und kannst dann alle Daten eingeben, zum Beispiel Titel, Aufgabenstellung bzw. dann natürlich die einzelnen Aufgaben. Je nach Aufgabenart kannst du hier entweder einfach Text eingeben, kannst Bilder hinzufügen oder aber Audio- oder Videodateien. Wenn du auf Bild hinzufügen tippst, kannst du entweder eigene Bilder hochladen oder aber du tippst auf rechtefreie Bilder auf Pixabay und kannst dort mit Suchbegriffen nach Bildern suchen, die passend wären. Ist deine App soweit fertig, tippst du wieder unten auf Fertigstellen und Vorschauanzeigen und hast die Möglichkeit, deine App zu testen, ob auch alles so passt, wie du dir das vorstellst. Wenn dem so ist, dann tippst du rechts unten auf App speichern und deine App ist wiederum wie bei der Anpassung von vorhandenen Apps in dem Ordner Meine Apps gespeichert. Wenn du die neu erstellte App teilen möchtest, kannst du zuerst noch auswählen, ob die App privat sein soll oder aber öffentlich und damit für jeden auf learningapps.org auffindbar. Du kannst die App entweder über den Weblink teilen oder aber indem du den QR-Code aufrufst auf der rechten Seite und den QR-Code dann zum Beispiel auf deinem iPad zu deiner Fotobibliothek hinzufügst. Diesen QR-Code kannst du dann zum Beispiel auf einem Learning Management System oder einem Padlet einfügen. Eine tolle Funktion bei learningapps.org ist das Anlegen von Klassen. Damit kannst du dann nämlich bestimmte Apps deinen Schülern zuweisen. Dafür tippst du oben rechts auf Meine Klassen und kannst dann entweder eine neue Klasse anlegen oder aber in eine bestehende Klasse in die Schülerkonten hineingehen und dort zum Beispiel Schülerkonten erstellen. Das kannst du händisch machen, indem du Name und Vorname eintippst oder aber die Namen aus einer Tabelle importierst. Login-Namen und Passwort werden dabei automatisch erstellt und wenn du auf Speichern tippst, kommst du zur Übersicht und hier auch eine tolle Funktion. Die Passwörter kannst du relativ einfach ändern und du kannst zum Beispiel auch eine Account- und Passwortliste ausdrucken. Das Tolle daran ist, dass diese Liste dann automatisch einen QR-Code enthält, mit dem die Schüler sich automatisch anmelden können. Bedeutet, wenn du diese Passwortliste ausschneidest und den Schülern gibst, können diese sich zum Beispiel mit einem Tablet einfach durch diesen QR-Code automatisch bei learningapps.org mit ihrem Account anmelden. Gerade bei Schülerinnen und Schülern, die Schwierigkeiten beim Lesen und beim Tippen haben, beziehungsweise mit sehr jungen Schülerinnen, ist das eine tolle Möglichkeit, diese Schüler automatisch anzumelden. Um einer Klasse dann verschiedene Apps zuzuordnen, tippst du bei der Klasse auf Klassenordner und kannst dann rechts oben mit dem Button App hinzufügen. Apps, die sich in deiner App-Sammlung befinden, auswählen und dann automatisch dem Ordner der Klasse hinzufügen. Das nächste Mal, wenn sich die Schüler anmelden, finden sie genau diese Apps in ihrem Klassenkonto. Du hast weiterhin die Möglichkeit, über Statistiken dir anzeigen zu lassen, welche Schülerinnen und Schüler die Apps bereits bearbeitet haben, beziehungsweise über Aktivitäten kannst du auch sehen, wann sie die App geöffnet haben, beziehungsweise wann sie die App gelöst haben. Eine neue Funktion von learningapps.org sind die Kollektionen. Damit kannst du verschiedene Apps in eine Kollektion packen, die dann bearbeitet werden kann. Und das bietet sich vor allem dann an, wenn du keine Schülerkonten anlegen möchtest. Um eine Kollektion zu erstellen, tippst du oben auf Kollektion erstellen und dann auf neue Kollektionen erstellen, kannst der Kollektion einen Namen geben und kannst dann über den Button App hinzufügen. Alle möglichen, Apps, die sich unter meine Apps befinden, auswählen und dann automatisch der Kollektion hinzufügen. Außerdem kannst du einstellen, dass die Apps nur nacheinander freigeschaltet werden sollen und dass der Arbeitsstand verfolgt werden soll. Mit Fertigstellen und Vorschauanzeigen hast du dann die Möglichkeit, deine Kollektion zu überprüfen und wenn du auf Kollektion speichern tippst, wird die Kollektion automatisch unter meine Apps gespeichert, beziehungsweise du kannst sie unten dann auch wieder über den Weblink mit deiner Klasse teilen.